Willkommen zurück, wie geht es Ihnen nach Ihrem Comeback, nach der langen Pause? Ich bin so glücklich, ein tolles Gefühl hier wieder zurück zu sein in Götzis und seit Olympia wieder endlich mal einen Siebenkampf zu bestreiten. Ich bin sehr glücklich. War es viel Spaß? Es war ein bisschen beängstigend. Ich glaube, ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt jetzt mit den Fans, mit den Zuschauern, ein toller Wettkampf. Sie waren besser, als viele Leute erwartet haben, sind Sie auch besser gewesen, als Sie selbst erwartet haben. Ich bin sehr glücklich mit meinem Ergebnis, mit meinen Punkten, habe ich nicht erwartet. Mit ein paar Kleinigkeiten bin ich enttäuscht, war ich weit weg von meiner Bestleistung, aber ich freue mich jetzt, wenn ich heimkomme, aber das war ein toller Saisonstart. Mein Ziel war, sich für Olympia zu qualifizieren, das habe ich jetzt geschafft. Jetzt kann ich wieder hart arbeiten, dann mit meinem Trainer reden, wie es weitergeht. Wie viel Selbstvertrauen hat Ihnen dieser 800 Meter Lauf gegeben? Sehr glücklich, ich habe mir selbst bewiesen, was ich noch drauf habe, dass ich noch wettkampftauglich bin und Gas geben kann. Danke für die Zukunft. Danke. 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 Danke.